Im Studio des Radiokollegs darf ich nun den Historiker und Direktor von Bildarchiv und Grafiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, Hans Petscher, begrüßen. Guten Tag. Herr Petscher, die Nationalbibliothek sammelt ja nicht nur Bücher, sondern verfügt auch über das größte historische Bildarchiv Österreichs. In diesem befinden sich auch jede Menge Aufnahmen, die noch nicht oder erst spät publiziert wurden. Es hat ja interessanterweise bis zum Jahr 1958 gedauert, bis es in den Medien zu einer Auseinandersetzung über den Anschluss kam. So war im deutschen Magazin Stern 1958 erstmals ein Foto zu sehen. Das zeigte, wie unter Aufsicht eines zufrieden grinsenden SA-Mannes ein Bub gezwungen wurde, der umringt war von Gleichaltrigen, das Wort Jud an eine Hauswand zu malen. Denn dieses Bild wurde seither oft verwendet, wenn es um die Kehrseite des Anschlusses, um diese Euphorie ging. Dabei hat dieses Bild ja kein Regimegegner aufgenommen, sondern das war ein offizieller Prössefotograf, Albert Hilscher. Albert Hilscher und sein Kompagnon Leo Ernst, der auch noch in dieser Firma gearbeitet hatte, waren die Eigentümer dieser Firma, die den 11. und 12. März und Albert Hilscher da noch später fotografiert haben. Die beiden hatten allerdings schon in den 30er Jahren gearbeitet und fotografiert und Albert Hilscher hat als Sportfotograf begonnen Ende der 20er Jahre und ist dann übergegangen in die Pressefotografie. Leo Ernst wurde aufgrund seiner jüdischen Herkunft dann gezwungen, Österreich zu verlassen und Hilscher hat die Agentur dann selbst weitergeführt. Er war dann aktiv im Nationalsozialismus als Bildreporter und Bildberichterstatter tätig. Er war aber zu diesem Zeitpunkt, 11. und 12. März und in der Phase des Umbruchs, also kein offizieller Fotograf der Nationalsozialisten. Seine Bilder von den antisemitischen Ausschreitungen, die wurden 1938 aber nicht veröffentlicht. Weil man sich Ärger im Ausland ersparen wollte? Das ist meine These gewesen und die auch von meiner Mitarbeiterin Michaela Pfundner, dass es erstaunlich ist, dass eben diese Bilder zu den antisemitischen Ausschreitungen, die es gibt und gegeben hat und die gar nicht klandestin hergestellt wurden, sondern auf freier Straße fotografiert, dass die eben nicht publiziert wurden. Und der Grund ist wohl darin zu liegen, dass man sich eben eine negative Berichterstattung im Ausland ersparen wollte, beziehungsweise dass es eben die gezielte Strategie der nationalsozialistischen Bildpropaganda war, den Anschluss als einen Anschluss von unten zu zeigen, an dem alle, die ganze Volksgemeinschaft beteiligt war, dass das ein Fest war, ein Freudenfest und dass da hätten also diese beklemmenden Bilder nicht ins Bild gepasst. Die Fotografen Leo Ernst und Albert Hilscher haben ja auch die dramatischen Ereignisse vom 9. bis zum 11. März 1938, also nach der Ankündigung der geplanten Schuschnigg-Volksbefragung über die Selbstständigkeit Österreichs dokumentiert. Zu sehen ist auf deren Bildern ein gewaltiger Propagandaaufwand der Vaterländischen Front. Was sagt uns das? Diese Bilder sind ja auch nicht so bekannt. Das war eine ganz, ganz kurze Phase vom 9. bis 10. März und der letzte verzweifelte Versuch, hier das Ruder herumzureißen, eben des Schuschnigg-Regimes und der Vaterländischen Front. Es war eigentlich hauptsächlich auf Wien konzentriert, muss man auch sagen, diese Aktionen und wie gesagt, ein ganz, ganz kurzer Zeitraum. Man sieht auch auf diesen Bildern, die tatsächlich also kaum publiziert wurden, dass es wohl die Aktionen gegeben hat, die Vorbereitungsaktionen, aber die Zettel verschwinden halt dann und liegen auf der Straße und der Eindruck, den man von diesen Bildern bekommt, wenn man den Gesamtbestand anschaut, nicht jene Bilder, die halt publiziert wurden, weil sie eine Dynamik zeigen und weil sich etwas bewegt und so, sondern auch da, wo sich gar nichts tut und wo man halt die leeren Straßen sieht und die Zettel auf der Straße liegen, dann bekommt man doch irgendwie noch einen beklemmerenderen Eindruck von einer Art Totenstarre, in der das Land verfallen ist in diesen Stunden. Vom Abend des 11. März 1938 an kennt man ja eigentlich nur mehr Propagandaaufnahmen mit Jubelszenen über den Anschluss. Unsere Vorstellung vom Anschluss prägen heute jene Bilder, die am 15. März jubelnde Massen am Heldenplatz zeigen. Diese Bilder waren Teil der nationalsozialistischen Propaganda, wurden also sehr bedacht so inszeniert, sind also keine neutrale Darstellung, eines historischen Ereignisses. Woran, Herr Pätscher, kann man das denn festmachen? Zunächst einmal ganz simpel, das sind Agenturbilder, wo es auch die propagandistischen Agenturtexte dazu gibt. Von der Bildsprache selbst her wird halt darauf geachtet, dass man geschlossene Massen sieht, dass man keine Lücken sieht, auf den Bildern am Heldenplatz, auch auf den Straßen. Dann ein ganz besonderes Kapitel ist natürlich die Darstellung Hitlers, die ja sehr, sehr stark zensuriert war und die Porträtaufnahmen geschönt. Und das, was man hört von ihm, also sein Schreien und seinen Jezorn und die Grimassen, das sieht man ja nicht auf diesen Fotos. Es gibt solche Fotos auch, zu einem sehr kleinen Teil, was Hitler betrifft, von Lothar Rübelt vom 4. April 1938, wo er in der Weizer Maschinenhalle in Graz gesprochen hat, auf seiner Wahltour durch Österreich. Es gibt auch private Aufnahmen, gerade vom 12. bis zum 15. März, von Privatpersonen, die fotografiert haben und die natürlich nicht so professionell oder agenturmäßig fotografiert haben, aber die dann halt ein lebendigeres Bild zeichnen. Welches andere Bild ergibt sich denn da, Herr Petscher, wenn man jetzt dieses weitgehend unbekannte und auch unveröffentlichte Bildmaterial der Nationalbibliothek, darunter sind ja eben auch Amateuraufnahmen, heranzieht? Sie haben in einem Nachlass ja Bilder von einer Heldenplatzfahrt von steirischen Anschlussbefürwortern entdeckt. Die wurden mitten aus der Menge, also auf Augenhöhe, mit den jubelnden Massen aufgenommen. Diese Fotografien haben wir nicht entdeckt, die haben wir als Geschenk bekommen vom Enkel des Fotografen, der interessiert war, dass diese Bilder für die Öffentlichkeit und für die Forschung zugänglich werden. Seine Tochter hat dann sogar eine Diplomarbeit darüber geschrieben und ich erwähne das deshalb, weil diese privaten Aufnahmen eben kaum den Weg in die Archive gefunden haben und noch heute kaum gefunden haben, weil es eben eine Scheu gegeben hat, von den Leuten diese Bestände abzugeben. Das ist das eine Seite und das andere ist die dunklere Seite, dass es halt die nationalsozialistischen Sympathisanten und Befürwortern in ihren Kellern diese Dinge gehortet haben und die auch aus diesem Grund sie nicht weitergeben wollen oder wollten. Wenn man jetzt insgesamt die spät- oder noch nicht veröffentlichten Bilder von März 1938 heranzieht, erzwingen diese, Herr Petscher, eine Korrektur am propagandistisch verbreiteten Bild der Hitler zujubelnden Massen? Also, ich würde sagen, jede Zeit hat ihren eigenen Blick auf diese entscheidenden Schlüsselstunden und Jahre der Republik. Es ist ja kein Zufall, dass erst nach dem Staatsvertrag 1958 zu einem Jubiläum ein Fotograf, der damals sich gut arrangiert hat mit dem Nationalsozialismus und auch vorher schon mit anderen politischen Gruppen gearbeitet hat, dass der dann 1958 das Archiv neu zu ordnen beginnt und Dinge auf einmal herauszerrt, die er vorher nicht publiziert hatte. Das war der eingangs angesprochene Albert Hilscher? Das war der eingangs angesprochene Albert Hilscher. Dann spielt natürlich die Waldheim-Affäre und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der Zweiten Republik eine große Rolle, wo man auch wieder einen anderen Blick auf die Geschichte hat beziehungsweise, wenn wir jetzt schon von vorher sprechen, der Opfermythos, alle diese Interpretationen der Geschichte beziehen sich auf andere Bilder und Vorstellungsbilder. Einen kritischen Blick auf die Bilder oder auch auf die anderen Alltagsdokumente dieser Zeit kann man insofern neu werfen, je mehr dieser Bestände und je unterschiedlicher diese Bestände sind und sie in die Öffentlichkeit gelangen und für die Forschung zur Verfügung stehen. Ich bewerte auch diese Propaganda-Bilder nicht so negativ, denn man weiß, woher sie sind, man kennt die Intention und mit dieser Kenntnis kann man aus diesen Bildern auch sehr, sehr viel ablesen, vor allem wenn man es dann vergleicht mit den anderen Fotografien. Und um das zusammenzufassen, erst aus diesem Gesamtbestand, der jetzt zur Verfügung steht, und da reden wir von tausenden neuen Bildern, kann man sehen, wie sich innerhalb von wenigen Stunden ein Land vollkommen verändert. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und Neue, dass man, wenn man sieht, auch jetzt diese Bilder der Vaterländischen Front, diese verzweifelten Versuche, noch etwas zu tun, aber dann, wie dann innerhalb von wenigen Stunden nach der Rede vom Schuschnigg ein Fotograf im Wirtshaus sitzt, das fotografiert die Leute, die die Rede hören, und dann springen ein paar auf und halten die Hand in die Höhe zum Hitlergruß, dann geht er hinaus auf die Straßen und dann kommen die Nazis aus ihren Löchern, die vorher waren sie ja nicht zu sehen in Innspunkt. Das beginnt sofort nach dieser Rede. Und dann, wenn man dann hergeht und diese Propagandabilder, die auch in der Nacht dann entstehen und datiert und mit den anderen Bildern vergleicht und diese datiert, dann bekommt man doch ein ganz anderes Bild. Und vor allem aber, was ganz, ganz besonders wichtig ist, mit Hilfe der vorhandenen Fotos und Negative und Abzüge kann man die Vorstellungsbilder besser korrigieren. Und die Vorstellungsbilder oder die Bilder in den Köpfen der Menschen sind ja doch die, die wir am Anfang angesprochen haben, jubelnde Massen ohne Ende am hellen Platz. Und wenn man diese Bilder alle zusammensieht und vergleicht und auch die Chronologie der Ereignisse mit einbezieht, dann kann man das ein bisschen aufschlüsseln. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, die Propaganda ist nicht nur Propaganda, man muss sich halt die Gesichter der Menschen anschauen, der Kinder, der Frauen, der Männer. Und vor allem dann diese Wahltour oder Wallfahrt, besser gesagt, von Hitler durch Österreich, zur Vorbereitung dieser Volksabstimmung vom 4. oder vom 3. April bis zum 9. April, wo er dann in Wien war, wo er nach Graz ist, von Graz nach Klagenfurt, von Klagenfurt nach Innsbruck, nach Salzburg, nach Linz und dann nach Wien, begleitet von der Wochenschau, von Filmkameras, aber auch von Fotografen. Und alles das wurde in den Zeitungen publiziert mit den Bildern, die Kärntner, ein Kärntner Volksblatt hat geschrieben, die Kärntner konnten sich nicht satt sehen am Führer. Ja, wenn man diese Bilder sieht und die Texte liest, dann ist das nicht nur Propaganda, sondern das entspricht einer Stimmung. Es ist genauso wie dieser Übergang von dieser Totenstarre zu einer nationalsozialistischen Wahlburgisnacht, nach der Rede von Schuschnigg, die ganze Nacht, und mit dem Seis-Inquad am Balkon dann vom Bundeskanzleramt. Und dann eine unglaubliche Wahlkampfmaschinerie mit zwölf Millionen Reichsmark innerhalb von drei Wochen, die hier verbraten wurden von der nationalsozialistischen Propagandamaschinerie und wo auch eine Unzahl von Bildern dann entstanden ist, aber vor allem Aufbauten im öffentlichen Raum in den Städten. Dann begreift man erst, was hier geschehen ist. Was man an den Bildern aber nicht sieht, das ist die Terrormaschinerie, die in Gang gesetzt wurde. Und das kann man dann auch doch im Vergleich mit anderen Quellen dann sehen, nämlich, dass sofort mit Verhaftungen begonnen wurde, dass Adresskarteien konfisziert wurden, dass die jüdischen Mitbürger verhaftet wurden und vor allem auch, dass für diese Abstimmung man ja unterschreiben musste, dass man ein Arier ist und Juden waren nicht nachwahlberechtigt. Und diese Vordrucke für diese Formulare sind in diesen drei Wochen in die Gemeinden gegangen, sind überall aufgelegen. Und mit diesem Bürokratismus und mit dieser Maschinerie hat man die Leute terrorisiert und letztendlich dann auch erreicht diese Konstitution der deutschen Volksgemeinschaft, die auch beinhaltet die Vereinnahmung der Arbeiter mit dem 1. Mai und dann natürlich der Antisemitismus, der seinen Höhepunkt propagandamäßig dann erreicht hat, mit der Überführung der Ausstellung der ewigen Jude von München nach Wien im August 1938. Alle diese Dinge zusammen, muss man sehen.